Hallo und herzlich willkommen zu einem Projekt der etwas anderen Art, nämlich versuche ich zusammen mit dem guten alten Haskel, sag mal hallo, versuchen wir mal zusammen Super Mario World durchzuzocken. Und wie ihr seht, zwei Player, also der Olle zockt auch und zwar als Luigi. Und da sehen wir auch schon das Intro mehr oder weniger. Willkommen, this is Dinosaurland. In this strange land we find that Princess Toadstall is missing again. Looks like Bowser is at it again. Ja, and again, and again, and again, and again, and again, and again. Und die Zusammenfassung, Bowser hat es mal bevor zu Peach zu stehlen. Mal was ganz Neues. So, und da fangen wir auch gleich an. Das ist die erste Map. Ich spiele das Spiel nicht Blind. Spielst du es Blind? Ich weiß gar nicht. Doch, ja, ne? Ja, ich spiele es Blind. Er spielt es Blind. Ich kenne das alles. Ich habe das auch schon in meiner besten Zeit zu 100% durchgezockt. Werden wir jetzt aber nicht machen. Man könnte es vielleicht versuchen, aber jetzt nicht so drauf anlegen. So, machen wir einfach mal Yoshis Haus. Wow. Ja, haha, das ist Yoshis Haus. Wäre Yoshis Zuhause, würden wir jetzt hier. Yoshi sehen? Keine Ahnung. Hier ist eine Infobox. Hallo, sorry, ich bin nicht Hause. Aber ich habe gegangen, um meine Freunde zu retten, die von Bowser getötet wurden. Yoshi! Ja, und wie ihr gerade gehört habt, der Backflasher wird synchronisieren. Ja, vorzugsweise. Finde ich persönlich ganz gut. Ja, dann kannst du eh kein Englisch. So. Ne, ich mache einfach mal das erste Level hier. Dann gehe ich in die andere Richtung. Jo. Und, äh, nicht wundern, wenn ich hier so... Na gut, ich gehe hier nicht jetzt den Panzer nehmen sollen. Wenn ich hier vielleicht manchmal so ein bisschen schneller durchgehe oder sowas. Ach, das seht ihr gewohnt. Also, vorzugsweise guckt man sie, ähm, gibt es auf YouTube ja sowieso nur so eine Pros. Ah, okay. Ja, natürlich Pros. Äh, war klar, das ist... Leck mich, das ist der Vorführeffekt. Ja, der Vorführeffekt. So, drauf, Yoshi, lauf! Ihr könnt euch schon mal drauf einstellen, dass ich das nicht so gut hinkriege. Ich bin überhaupt froh, wenn ich mein Level schaffe. Aber man wird es ja sehen. Also, ich könnte jetzt die ganzen Secrets so alle, ähm, alle, äh, versuchen freizuschalten und sowas, weil einiges ist bei mir doch noch hängen geblieben. Aber, pff, ich weiß nicht, wenn ihr wollt, wenn das dann doch irgendwann Leute gucken sollten, schreibt mal in die... Na gut, schreibt mal in die Kommentare, mal gucken, wann wir auch zum nächsten Mal aufnehmen kommen. Schreibt mal in die Kommentare, ob wir das eher so machen sollen, langsam und alles. Mhm. Angucken und sowas, oder ob wir das eher Speedrun machen sollen. So, und wie ihr ja gerade gesehen habt, ich hab ein Level beendet. Jetzt ist der Backflasher in Form des Luigi dran. Der Glück hat's verstanden, der Olle. Ich hab das Gefühl, das Level ist schwerer als das andere. Ja, und so wird das ein paar Mal weitergehen. Ich glaube, es ist ganz gut, wenn ich die ganze Zeit auf der linken Seite bin, dann kannst du die rechte Seite aufarbeiten, bis dann ungefähr im zweiten Level angekommen, beziehungsweise das zweite Level beendet, bis ich dann beim Schalterpalast bin. Und ja, ist doch ne gute Arbeitsaufteilung. Also, ich muss sagen, die erste Welt an sich, die kenn ich schon noch einigermaßen, aber dann hört's auf. Oh, wieder Yoshi. So, und für alle, die das Spiel nicht kennen, Yoshi kann Koopa, also diese fliegenden Schildkröten und laufenden Schildkröten fressen, und da, je nachdem welche Farbe die haben, kommt was anderes raus, ein anderer Effekt. Ich glaub, das ist jetzt die, äh, ich bin der einzige, für den die Info jetzt neu war. Okay. Zum Beispiel der grüne Koopa, der, da pupst Yoshi einfach nur den Koopa wieder aus. Oh. Das ist interessant. Der rote Koopa habt ihr, wie ihr schon gesehen habt, der schießt Feuer. Dann gibt's doch verschiedene. Der blaue Koopa, da kannst du fliegen. Bei einem gelben, schillernden Koopa, keine Ahnung, der kann... Disco Koopa wird er auch, glaub ich, genannt. Disco Koopa? Ja. War auch geil, würde auf jeden Fall passen. Äh, bei dem kann man so eine komische Stampfattacke machen, die eigentlich auch ganz lustig ist. Mhm. Den gibt's, glaub ich, auch nur in einem Level. Mhm. So. Ich glaub, wir müssen uns dann ab und zu mal was bei Mero angucken, damit wir, äh, die ganzen Namen wissen. Also ich... Bisschen blöd, wenn man die ganze Zeit, Dings, 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 äh, ja, Dings. Ich kann die, glaub ich, zumindest einige. Ich hab's zuhause sogar noch, kann mich erinnern, ein Buch über, also so ein richtiges Mario-Enzyklos, Neuropädie-Buch. Da steht auch alles drin, das ist richtig geil. So, gucken wir mal, der nächste Fail vom guten Wechsel. Gibt's hier eigentlich sowas wie Mittelpunkt? Äh, ja. Hahaha. Eieieiei. Ach, ich rate dir übrigens von den Spinjumps ab. Die gehen ja bei mir automatisch. Ja, 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 weil du einen zu großen Daumen hast. So, äh, zur allgemeinen Info, ich hasse was an Level. Oh, ja. Ähm, ich glaub, das ist allgemein verbreitet. Es ist völlig egal, was für ein Let's Player, völlig egal welches Spiel. Äh, eine Gemeinsamkeit besteht. Sie hassen Wasserlevel. Muss man nachdem. Mal gucken, ob der Sound läuft. Ah, let's get ready for Unverwundbarkeit. Uh. Nein. Ach, genau die gleiche Melodie wie. Hä? Ja, wo gab's den schon mal? Irgendwo bei Superman 16 auf jeden Fall auch. Wie ihr vielleicht bemerkt habt, der aufmerksame, äh, Zuhörer, keine Ahnung. Ähm, ich hab's selber durch. Mal abgesehen davon, als ich grad unverwundbar war. Ähm, nachdem man zehn Gegner erledigt hat in der Unverwundbarkeit, äh, bekommt man, also ab dem zehnten Gegner, Leuchttemberg, ähm, bekommt man Leben. Immer One-Up, One-Up, One-Up. Das ist immer ganz schön zum Farben. Ach, ja. Hab ich auch schon gesehen, das gibt's bei YouTube bei meinem Run. Ja, ganz ruhig und langsam. Braav. Nein. Vorsicht, nicht springen. Ja, fein. Nein. Nicht Spin-Jump. Du, Otto, mach Y. Ach, hä, Y? Hab ich ja schon die ganze Zeit... Ach, ja, und, äh, B natürlich. Ach, B. Dann sag mir das. Ich spring die ganze Zeit mit A, deswegen mach ich Spin-Jump. Du sagst nicht Spin-Jump. Ach so, dann geht das natürlich... Und sammeln die Yoshi-Bünsche an und den Pilz. Wohaha. Okay, Yoshi-Yoshi-Bünsche, das schaff ich, das schaff ich. Mensch. Hahaha. Wollt er schon mal was Nettes sagen und dann versaubertlich zu mir doch. Uh. Die könnte er jetzt ran theoretisch mit Hilfe des Spin-Jumps kaputt machen, aber da er ein kleiner Knurps ist, geht das nicht. Hahaha. Ich dachte schon, weil er der Skill fehlt. Hey, hey, hey. So, und wie ihr vielleicht bemerkt habt, ich bin meinem ersten Boss angekommen. Heftig. Iggy Cooper. Iggy Cooper? Ja. Iggy Cooper, den gibt's auch bei... Iggy's Kasse steht auch da. Iggy Cooper, genau. Den gibt's auch bei New Super Mario Bros. V als erstes. So, Yoshi, da er ja ein kleiner Angsthase ist, geht nicht mit rein ins Schloss, das ist immer so. Genauso wie bei Geisterschlössern. Bist du denn jetzt von ihm selber abgesprungen oder absichtlich? Nee, nee, der springt von alleine ab. Achso. Ich kann Yoshi also gar nicht mit reinigen. Und hier, Mario hält sich hier fest. Und da kommen die bösen Cooper und ärgern ihn so ein bisschen. Hm. Hm. Das vorteilhaft ist, wenn die hier im Hintergrund sind, kann man die einfach wegkloppen. Einfach nur drauffahren und kaputt machen. So, man kann auch drauf springen. Den rot machen wir nochmal dauernd hier. Ich nehme an. Ja, genau. Hm. So, das dauert natürlich... Kann ich... Ja, genau. Von um geht das auch. Das ist super. Dauert natürlich stundenlang, bis man hier durch ist. Na los, komm. Ja. Stundenlang. Ja, stundenlang, wenn ich für dieses eine Kasse brauche. Wow. So, mit diesem Ding hier kann man die Richtung erinnern. BZ für die Seite. Das wusste sogar ich. Nein, ich hab die Seite genommen. Was finde ich von mir, Otto? Naja, okay. Denn wie gesagt, bis zu Iggy kenn ich das noch. Und danach dann wird schon... Wird schon kritisch. Ja, dann wird's eigentlich blind, ehrlich gesagt. So, hier. Diese Dinger ist übrigens immer der Spawnpunkt hier. Ah, ja, stimmt. Also, Checkpoint. Okay, die anderen Münchers, die kann man auch mal getrunken. Diese Dinger kenn ich auch zu gut. Die hab ich schon öfter mal gesehen. Auch mit diversen Hacks werden die gerne benutzen. Ja. Ja. Ja, natürlich. Die Konkurrenz abchecken. Ja, Konkurrenz abchecken. Ja, Konkurrenz abchecken. Nein! Ich hab da bloß den einen Part gesehen, wo Zombie einmal das gemacht hat. Wollts. Ah, da sind wir schon. Wollen wir hier ganz viele verschiedene Player. Machen wir ihn down. Zum Glück haben wir die Feuerblume. Halt die Funktionierde. Doch natürlich. Nein, die Funktionierde doch. Wer du fällst jetzt. Wer ich fällst jetzt? Ich muss ihn in die Lava kloppen. Los, Otto. Los rein 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 rein. Sehr schön. Peace Brothers. Ja, los. Peace Brothers. Hey. Doch nicht? Auch das ist falsch. Das ist für mich sowieso immer am geilsten. Thank you. Bam. Hau weg der Scheiße. Boop. Boop boop. Boop boop. Ach, mach du. Mario hat die Demented Ege Koopa in Kastel. Warland rescuiert Yoshis Freund, der noch in einer Ecke ist. Together. Sie haben sie nun auf Donutland geflogen. Vor allem die Demented. Ja, also in Zusammenfassung. Mario hat halt das Ei gerettet, aber es ist halt da noch im... Also es ist ein Yoshi, der noch im Ei gefangen ist. Aber... Ja, jetzt brechen sie halt gemeinsam auf nach Donutland. So, mein Freund. Und du machst jetzt dieses Level hier fertig. Wenn du schon mal im ersten Level fällst. Okay, ich gehe jetzt das ganz langsam an. Oh, toll. Wir sehen uns also in 6 Parts wieder, wenn der Backflasher dieses Level geschafft hat. So, und bitte groß bleiben. Ist ja ein Zeit-Level, deswegen. Und wenn diese großen Kugel-Willis, ne, die weiß ich nicht mehr wie der ist. Oh, verdammt. Ähm. Wilhelm. Kugel-Wilhelm. Kugel-Wilhelm, ja genau. Äh, wenn die über dich wegfliegen immer schön ducken. Okay. Übrigens nicht wundern, ich weiß wie man schnell läuft, aber ich mach's jetzt absichtlich nicht. Ah, Spin-Job. Spin-Job. Hilfe. Ah. Nein. Ah. Aber da ich sowieso zwei. Eine. Eine. Yoshi-Winzse vorne weg weggelassen hab. Ähm. Ich glaub' das macht jetzt kein Unterschied, wenn ich die noch eins habe. Nopy czy inflam. Nööööööööööö. Aber für's gute Gewissen. Ja, für's gute Gewissen hat man hier nochmal ein schönes Secret gezeigt. Oh ich kenn sequels und wo das Spiel bleibt ist wie kann das nur sein. YAAAH! Hmm foarte innatwas. Okay, point of advice, you can hold an extra item in the box at the top of the screen. To use it, press the select button. Oh mein Gott, wo ist der select button? Ja, also auf Deutsch heißt das, also da oben seht ihr vielleicht den Pilz in dem blauen Kasten. Du kennst! Okay. Nein! Aber ich hab den Pilz. Genau, wie ihr seht, kommt der jetzt runtergeflogen, wenn der Backflasher verwundet wird. Ja, aber ich kenn den... Den kannst du mit Y-Nurungs halten, das sagt dem, glaube ich, auch gerade. To pick up a shell, use the X- or Y-Button to throw a shell upwards, look up and let go of the button. Warum könnt ihr nicht Deutsch sprechen? Genau, ähm, ja. Warum können sie das? Das sind... So, so viel zu sechs Parts. Wir sind aber schon mal die erste Welt im ersten Part geschafft. Okay, das ist eine Level, kommt ja. So, die Donor Plane Swan. Das ist eine sehr schöne Map, weil es da richtig geile Items gibt und auch einige Secrets. Na, los, komm ich. Komm ich hier. Ich kenn dich doch, ich kenn dich doch. Das war super, das war Super Cooper. Super Cooper, ja. Wie er einfach mal rumfliegt. Okay, Sekunde. Machen wir mal gerade scheiß auf Yoshi. Nein! Hallo! Weckst mir an den Arsch. So, der Otto hier. Weißt du zum Beispiel, wie der heißt? Äh, Super Mega Football Willi. Keine Ahnung. Chuckster. Chuckster. Oder Chuck. Je nachdem. Sag mal, ach da ist er. Da. Ach, die Feder. Ja, mit der kann man ja schieten. Dass ich kein schieten, wenn's so gewollt ist, dann ist es kein schieten. Ach, dann könnte ich auch bei Major Tweeting die ganze Zeit sein. So, und hätte der gute Backflasher nicht so verdammt nochmal gefailt, könnten wir da jetzt auch in die Höhre rein. Ja, ja. Aber zu seiner Verteidigung, ich fehle auch gerade ganz schön. Meine Verteidigung. Ich plädiere auf meine Verteidigung. Ja, ja. Das war bestimmt nur Zufall, dass du das gefunden hast. Ja, nur Zufall. Ja, Mario. Reinhold Messner wär stolz auf dich. Whee. So, da hab ich jetzt halt keine Lust, die allein zu sammeln. Eigentlich fährt die Feder genau das Richtige für mich, dann könnte ich das ganze Level überfliegen. Hab ich auch schon mal gemacht, das eigentliche. Oh, Leute. So, mach mal, mach mal. Ja, mach doch wenigstens extra Leben. Komm, das kriegst du noch voll. Okay, ein extra Leben. Ja, das schaffst du. Warte, dann will ich nochmal in die andere Seite hier. Komm, komm. Los. Los, Zufall. Und eine noch. Nein. Nein. Oh. So. Hey. Lauf Mario. Und 90 Grad die Wende hoch. Oh, yeah. Und wir sind wieder draußen. Toll. Ich bin so fasziniert von diesen Möglichkeiten, die einem dieses Topmodell-Spiel liefert. Ja, die Japaner, die kennen sich aus. Oh, ja. Die waren sowieso der Zeit voraus. Gerade zu der Zeit waren die Spiele von Nintendo noch viel beliebter als von der Konkurrenz. So, hier wäre ein anderes Secret, da kann er der Backflasher aus und weise mal nichts hier, weil man das noch nicht freischalten kann in dem Stadion. Und Cursed Clear, baby. Yeah, da macht er Peace, genau. Victory. So, und die folgende Map werde ich verabscheuen. Ich hasse sie, ich mag sie nicht. Dam, dam, dam. So, ich bin immer noch mal mit meinem ersten Level. Er hat nur noch ein Leben. Nein. Dann musst du mir eins von deinen abgeben. Du hast doch eh viel zu viel. Ja, das stimmt. Nein. Wow. Da kann es jetzt runterrutschen. Du, 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 du. Ich schaff das. Ja, mehr Glück und Verstand, aber er schaffte es. Ja, wir sind jetzt etwas. So, jetzt sind den Pilz. Ich schaffe es. Lauf, mein Freund, lau. Du hast fast überstanden, wenn es jetzt fehlt. Und halt, ganz schack. Ja, ja. Oh, Applaus. Like, wenn du, 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 du. Oh, yeah. Like, favor. Abo, Abo, Subscribes, Sub4Sub, Abo4Abo, wir nehmen alles an. Oh yeah, auf jeden Fall. Und sie wachsen in die Höhe. Puppertierende Witz. So, jetzt müssen wir leider noch einmal warten. So. Jetzt kommen die Donut Plains 2. Eine Höhenlevel mit bewegendem Bildschirm. Scrolling Level. Scrolling Level for the wind, die ehrlich. Und freundliche, freundliche Fledermäuse. Dann freu ich, die sehen ein bisschen ungesund aus. Ja, so leicht grünlich im Gesicht mit diesen schönen blutroten Flügeln. Nein. Okay, ich hab's noch einmal abgeschossen, als ich noch hier drin war. Und er nicht mehr raus konnte. Dann muss ich hier ganz weit springen. So, weiter geht's. Hier kommt, glaube ich, ne Feuerblumen. Ne, ne Feder, okay. Oh, Mensch, das wird's aber jetzt wissen lassen. Sicke. Da kommt ein bisschen drauf, pass auf, ja. Wow, das sagst du schon, nachdem du drei genommen hast. Übrigens nicht asynchron, das passt schon alles. Nein, nein, das ist komplett asynchron. Ja, komplett. Wir haben jetzt eigentlich erst die Aufnahme gestartet. Ja. Okay, da ist auch nix drin. Hier diese, falls ihr das bei YouTube seht, das weiß ich nicht genau, diese gestrichelten Blöcke hier, diese Blöckformen. Blöckformen. Ja, Blöckformen. Äh, das sind... Blöckformen for the win. Da, das ist auch schon was Freischaltbares. Ja, nachdem wir den gelben Schalterpalast im nächsten, ähm, gleich, nachdem ich den dann gleich geschafft hab, dann müssen wir irgendwann nochmal den grünen Schalterpalast suchen. Ja, ist sicher, dass du den gelben Schalter schaffst? Äh, ich hoffe es, weil das wäre schön, um den Part zu beenden. Das wäre ein schöner Abschluss. Habe ich zwei Level geschafft und die erste Welt komplett haben war. Das wäre doch schön. Äh, wir haben auch schon wieder 17 Minuten. Oh, das ist gut. No. Nein, Yoshi! Yoshi! Komm, wieder zu! Ich dachte schon, du weißt, du zackwätscht. Also, ich muss sagen, ab hier wird es für mich jetzt wirklich bleiben. Jefalls, wo der Askel jetzt ist, den Game-Scheiterpalast, den kenne ich noch. Nee, 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 nee. Aber alles andere kenne ich überhaupt nicht, nach Icky halt. Oh nein. Na, werde ich zerquätscht? Ja, ich werde zerquätscht. Oh. Ich wollte es mal ausprobieren. Lauf, Mario! Wow! Ah, wo warstreckt das Let's Play? Diese langsame, traurige Melodie im Hintergrund. Ja. So, alle drei Yoshi-Münz. Wieso konnten sie nicht eine 16-Bit-Version von dem Höhenlied aus Super Mario 64 nehmen? Ja, müssen natürlich erst dann hinfügen. Warum gehst du nie rein? So, diese kleinen Stachy-Fiecher hasse ich auch für die Pässe. Aber zum Glück habe ich ja das Dürbbel-Ding, die... Wieso bist du jetzt rückwärts in die Rohre reingeglitscht? Weil ich's kennen kann. Hast du erstmal voll eine auf Michael Jackson gemacht und da mit dem Moonwalk reingemacht? Dürbbel-Glitsch. Ow! Yeah! Bitches. So, jetzt kommt noch das letzte Level für diesen Part. Ich hoffe, ich schaffe es beim ersten Versuch. Nein, Geisterausrhein. Ja, das Geisterausrhein erwartet uns allerdings erst im nächsten Part. Ich muss ganz ehrlich sagen, eine Sache weiß ich nicht mehr. Bei diesem Level, da ich doch schon zu viele Hex gesehen habe, kommt hier ein Kugel-Willi nach der Röhre? Irgendwie hat das jeder eingebaut. Deswegen weiß ich gar nicht mehr, ob das Standard ist oder nur in den Hex vorkommt. Also... Dass jetzt ein Kugel-Video gleich erscheint und man fast nicht ausweichen kann hier. Nein. Okay, ich dachte schon. Das wäre jetzt ein bisschen fies für mich. Ah, jetzt... Ah, ich dachte schon. Switchback. The power of the switch. You have put will turn... Oh, ja. You progress will you also be saved. Ja! Yay, und da regnet es gelbe Blöcke dank meiner Hilfe, da ich hier so glureich mich durchgekämpft habe. Und ich würde sagen, mit diesem Schweichern verabschieden wir uns in den nächsten Part. Sehr gut, Jarsky würde zwar jetzt gerne schon dieses Level starten, aber das muss er leider auf den nächsten Part verschieben. Okay, bis dann, Leute. Hoffentlich bis dann. Tschüss. Schreibt, ob euch das Projekt gefällt. Tschüss.